hallo willkommen zu einem weiteren let's play minecraft ja es ist mal wieder dunkel und ich arbeite lieber bei tageslicht draußen ins dunkel ist unten irgendwas in der mine selbst habe jetzt aber ich möchte hier unten auf jeden fall was machen so dachte ich mir da ich sowieso dieses projekt habe ein paar türme in einer bestimmten entfernung aufzubauen dass ich die eigentlich auch miteinander verbinden könnte also hier so ein tunnel halt ich gehe jetzt eine zeitlang in eine richtung da ich die power of two zahlen so mag irgendwie 64 oder 128 so in eine richtung halt jetzt grabe und dann nach oben und dort den tower dann aufbau ich hatte bereits markiert so in einer richtung schon mal falls ich mal in die richtung laufe weiß okay von dort nicht gekommen sieht also diesen kleinen turm mit dem lichtlein und so eine orientierungshilfe aber ich möchte nicht nur noch so ein paar kleine türmchen haben wie sie jetzt momentan da stehen möchte richtig große schöne hohe türme haben die man als aussichtspunkt oder als lager da hat ganz inventory ist voll ja natürlich für prüfen sollen zurück ich lade erstmal die neuen stein typen ab habe ich nichts ja ich hatte ein paar monster erwischt jetzt auf dem kram hier dass das den zaun brauche ich erstmal gar nicht mehr da könnte eigentlich könnte ich mir noch eine kiste anlegen wo ich sowas reinschmeißen weizen kohle blumen ja die sonnenblumen nehmen wir auch mal da oben auf aufstellen klingt immer so merkwürdig ok anyway hier kommt der boden auch raus hier könnte ich vielleicht ende seite oder so reinlegen dann gucken wir mal das zeug mal irgendwie los wird ich habe keine ahnung was mit dem ganzen neuen stein typen machen soll man kann sie zwar zu blöcken irgendwie blöcke oder vier zusammenlegen die sind dann poliert oder so ja das habe ich nicht aber ok da kommt dann wieder eh nur viel raus halt nur poliert ja da habe ich jetzt schon wieder mal ja auf jeden fall könnte man das material hier denke ich verbauen als boden das sieht dann auf jeden fall besser aus als wenn ich jetzt einfach wieder cobblestone nehmen diesen tunnel soll ich etwas größer machen noch also ich mache jetzt erstmal so einen groben schnitt durch den fels sag mal dann mache ich den glaube ich nochmal zwei so links rechts jemals eine seite irgendwann mal weg nicht jetzt jetzt möchte ich erstmal nur vorankommen so vielleicht auch 256 196 muss man mal gucken ich weiß gar nicht wie weit man so von der entfernung her wie weit das überhaupt ist jetzt keine vorstellung okay wenn jetzt ein weg den ich jetzt schon angelegt habe oben denk also 64 ist nicht besonders viel da lohnt sich das quasi gar nicht so türme aufzustellen da wollte ich achso werkzeuge hier ist nein noch nicht ganz klar noch viel zu früh könnte darauf achten ob man die oben verbrennen hat verbrennen hat ja ich könnte mal so ein stapel nehmen einfach auslegen dann weiß ich schon mal grob wie viel das sind ich habe jetzt nicht mit gezählt vielleicht auch machen sollen so klack ist die hacke äh spitze hacke ja eisen wo ich auf jeden Fall auch gleich noch raus denke ich kann man immer brauchen das ist jetzt halt keine mini mission mal gucken ob ich jetzt überhaupt dazu komme noch irgendwas zu verlegen weil ich auch wieder hochgehe sobald es Tag wird naja ich kann jetzt eigentlich einfach nur in eine Richtung erstmal graben weil dahinter kommt dann wieder ein Turm das ist zumindest jetzt mal geplant sag ich mal jetzt hiermit somit festgelegt da kommen Türme hin alle x für x für x habe ich jetzt noch keine feste Zahl für x habe ich jetzt noch keine feste Zahl Felder ok da muss man essen auf man man ich sehe das gerade immer so passiert dann manchmal guckt man da gar nicht drauf und dann blöde ich öh passiert zwar nicht so oft aber bisschen peinlich wenn man sich dann so was ist los oder hihihi aus sie ist hihihi da haben wir ok zum Gluck hab ich da jetzt nicht gegraben hihihi lord ähm jetzt mal ein Treppbild das ist richtig das ist mehr Lava dahinter zum Lütten nichts mehr ähm nehme ich es mit das ist einfach so und mache andere Seite auf der Höhe das ist ja ungewöhnlich das Wasser noch mehr Lava ach zum äh was mache ich denn jetzt damit da kein Gravel ist ne hm hm noch da weiter die wir wieder reinschmeißen dann brauche ich jetzt nicht zurückzulaufen würde ich dann irgendwann mal rausholen da ist ja gerne benutzt um Stein zu brennen und Lava ist eigentlich ein Raus gut ist zu schade um sie einfach wegzuschmeißen ich brauche schon mal äh nicht dran das ist klar wo packe ich erst was jetzt hin und alles noch zu schade öh ähm 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 zäntiligant hm ähm san Nein, da war fast passend jetzt. Ja, das wäre irgendwie nicht so ganz glücklich. Gut, Lager da hin. Lager da hin. Was war das? Da. Oh, da kommt jetzt noch mehr. Klasse! So. Äh, jetzt habe ich keine Spitzhacke. Okay, da ist keine mehr. Da ist noch mehr. Zöck. Ich drüber hinweg. Äh, Kram. Laufen. Ich denke, es ist aber jetzt auch wieder Tag. Oh, hm. Gehen die ganzen Dinger kaputt. Ich muss sie nicht kaputt machen. Oh Gott. Oh, hm. Da hat es mir noch. So. War nicht mehr. War nicht mehr. Gut. Und. Wann da geht's? Und. Das war's für heute. Die muss ich von ganz unten holen. Wegen einem Block. Noch ein Block. Gut. Wir haben jetzt stark. Könnte man jetzt eigentlich mal versuchen, nach oben zu graben? Ja. Rasen, ey. Da auch mal rein. Am besten irgendwas, das nicht direkt gräbt. Ich will da auch Sonnenblumen platzieren. Was krass so wachsen lassen. Wieso wächst da nix? Okay, Kühe. Kühe, Kühe, Kühe. Ich seh gerade die Kühe. Ich bin ein. 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 Das war's für heute. So, gehen wir mal flittern, genau, richtig so, direkt an, komm hier, brauche ich da noch nicht mal zu betteln, da nehme ich was, da, hier auch noch mal, ja, hmm, ich nehme natürlich nach oben, graben, hier macht man das, wie weit könnte ich denn sein, das ist ein bisschen, auf dem Runtergrabe, hey, jetzt stehe ich hier, es ist einfach nur dunkel, die Sonne geht schon runter, und, wo ich, wo ich, äh, genau, die platzieren, da könnte man was hier, wegschmeißen, ja, jetzt aber, so, und U, und Feuern, und dicht, ja, na gut, dann war's das mal, bis zum nächsten Mal, tschö!